Egal. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir in die Syndicate Games in Michael. Wo ist der Kobold? You got Enderflashes, was? Holzschwert? Ich weiß gar nicht, was ihr machen solltet. Dack, dack, das ist einfach nur battlen. Bei Enderflash, die Enderflash, das ist sowas wie so eine Blendgranate. Da sieht der andere nix. Verstehst du? Ja. Okay. Und was kann ich mit dem Fall machen? Mit was? Mit dem Pfeil. Ja, was wohl? Schießen! Ja, wie denn? Wie jetzt, wie denn? Ich hab doch keinen Bogen. Jetzt ist es schlecht. Vorher hast du einen Bogen. Hast du mit dem Bogen geklaut? Hast du mit dem Bogen geklaut? Gib jetzt sofort einen Bogen. Ich weiß doch nicht gerade, wo du bist. Ja, es ist gut. Ich glaube, wir sind in einer größeren Runde. Ja. Und wir sind zwei gegen zwei oder so. Also eins gegen eins, nämlich mein ich. Harry Potter war's hier. Cool. Verstehe ich jetzt nicht so ganz? Achso, unter der Treppe. Ach, klar. Na, verstanden. Ach, du bist unter mir. Wieso hast du schon ein verzaubertes Schwert? Weil ich geil bin. Auf Rückstoß 2. Hallo. Holla. Halle! Voll easy. Halle! Alter, Bräuer, hast du das? Woher hast du das, das Schwert? Gib mir das Schwert, gib mir das Schwert. Oh, cool. Danke. Du Arsch! wie habe ich gewonnen also du hattest ein viel besseres wert bist du noch drauf noch eine neue runde ja hab eins bleiben und sind die kaltgames 1 1 2 2 mal in okay aber bauen jetzt hier kann ich auswählen was ich haben will erfahrungsflaschen ja ich habe auch was genommen das ist eigentlich richtig geil ja jeden fall jetzt weiß ich auch wie man das gewählt wählen kann ich glaube ich habe das am anfang glaube ich übersprungen eben da kann das auch erfahrungsflächen das gefällt mir gibt es hier irgendwie so ein ambass oder so irgendwo schon in der mitte ungefähr glaube ich okay das war krass gerade auf jeden fall das war mega witzig auch nein alles dunkel und ich bin rennen ich kann nicht mehr rennen boah ich hab mir extra krank reingenudelt boah ist das gemein hab ich dir gemacht extra für dich du siehst mich noch nicht das ist ein bisschen heikel hier boah alter wieso fliegst du weit weg das ist Niki alter wie geil war das denn gerade boah ich renne nicht mehr aber hier ist ein verzauberungstisch warte mal lass mich mal kurz verzaubern Alter lass mich kurz verzaubern ey 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 alter du bist ein bisschen zu schnell hier ich gehe steil ich auch aber dir alter was ich hab dich nicht getroffen was 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 komm her um die ecke kommt schau her schau her schau her schau her kann man irgendwie den schuss abbrechen wenn man schon zielt ja mach maus wollen auf die nächste waffe ach so ja okay danke keiner tippe oder dritten ein abgelegt durch zwei herzen er hat so mit dem trotzdem schlagen ja aber trotzdem ich war schon nicht ich kann fliegen und kann fliegen auch gut ein Kind hatte nebenan ich habe gesehen wieder noch eine Runde was auch jedenfalls super Spaß Karte Karte der Seilend ein Verderleben ich bin gar nicht dran gerade hatte so bist du das war mal ich nehme mit mir ein weit schmerz nicht es ging es mit einer flash mit schaden ist mit es kann ich ganz okay muss ich halt nur noch so ein ding finden als habe ich ein geiles getarzt schärf ist sofort drauf ob wir dann das buch ausbilden die karte ich hab ich hab schon mal eisen gekümpft und das hat das berücksichtigt total älter hat es gemein das heißt doch doch der fein ist ein land oder so wie es heißt da ist trotzdem gemein es ändert ja nix an der tatsache dass die karte gemein ist ich hab auch die feindler ist die ganze glaskopel so hässlich durchsichtig 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 ich hab nicht gesagt vielleicht mal musikern machen so im hintergrund so so ähm wieder okay noch ne runde noch ne noch ein bisschen mehr glück karte winter nee mal machen mal kratos ah nee nee da ist jemand drin äh zirkus nee kavern ne kavern 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 ja ne ich doch kavern ne ja kavern naja da er heißt tanz in den mai mhm new appointment Ubi go los Ubi los dunkel hast du Shader drin äh ja war grad nicht an ja ja weil sonst wärs ziemlich dunkel bei pvp sagen sollte man den eigentlich nie anmachen oh mein gott ja das ist viel zu dunkel ich mach wieder den ohne ich hab ja so ich sie sowieso tastisch ja es ist sowieso mätig what i have to say now i have to say saw you ich hab deinen namen gesehen doch ich renne ganz schnell weg oh hier was hab ich hier ne lederkappe wow ich hab ne lederkappe gefunden boah hammer ich hab ja auch nicht schon eine äh spinnennetz geh weg boah ein spinnennetz bleibt mal so mies kleben hier liegt ein Amboss ja lass ihn da oder bring ihn mit ey ne bring ihn mit jemand kann abbauen was ist Minecraft hier sind irgendwie nicht allzu viele Sachen oh doch verrottetes fleisch oh sehr toll kann nix zaubern ich kann nix zaubern ich kann nix zaubern ja alles klar seh dich seh dich i see your name behind the wall of death ich komm da nicht rüber ja ist natürlich witzig ich komm da nicht rüber ja dann bleib mal da stört mich auch nicht so ganz dass du da nicht rüber kommst wow dank dir bin ich jetzt übelst verzogen hab ich wenigstens getroffen ja klar hast du getroffen oh schärfer eins noch ein Schwert ich hab jetzt einen Bogen und ein schärfer eins Schwert ok ich bin drüben man kann Pfeile ja wieder aufsammeln ne hast gesehen hast du echt Enderperlen oder? ja ja oh ich hab SneedeHl dins 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 und ich hab sie sofort weggeworfen g geh weg schlau weiche Dämon oh hier kommen wir nicht weiter doch hier kommt wir doch weiter Stuttgart Stuttgart hat es sich im gleichen Land das ist auch ein Fleisch in Hand wenn ich hatte neulich wird aber man machen da ist so eine große Schneefläche und also lauter Schnee und Rüstung Schaufel und muss halt schauen dass die anderen runterfallen und so ist voll witzig ja okay welche was ist das Thema auch immer auf die die Erschaufel achso ja ja auch ein bisschen einfach die ist ja keine Sau da gehen wir mal auf Cave okay ich sehe ach andere Seite wo ist Cave ja schon hey wo ist Cave oh alles klar was sollen wir dann machen uns gegenseitig die Boden unter den Füßen weg boden oder wie ey das kennst du mit Tee lass ja mal unter dir machen was unter dir wie schnell es geht alter ja hallo lass mal alter so voll geil ne der Server komm her los komm her du machst dir gerade ein Gefängnis ne ähm nein okay vielleicht doch ja ja das war abgrenzen nein okay das war geil Dein Ernst? So geil! Okay, das war mega cool. Okay, also. Nochmal? Ja, hab eins. Wir haben mal ein paar Spiele, wo die ausprobieren. Halloween? Halloween? Halloween, schon mal für morgen. Na, die Karte gibt's hier. Machen wir morgen. Alles klar, dann kommen wir hier rein. Andere? Machen wir mal Desert. Ja, du stehst mir vorhin im Weg, ey, ich würde da gar nicht draufklicken. So, Desert. Hm, naja, wirklich toll ist sie ja. Die Karte ist genauso, nur außenrum sieht's anders aus. Ja, es ist immer das gleiche. Nein! Unter mir sein. Ich wollte das genauso machen wie eben. Boah, das war knapp. Boah, scheiße. Ich hab gedacht, du sprichst jetzt leere. Nein! Du bist so schlecht. Wer, du? Du bist so schlecht. Du! Du! Nicht dein Ernst. Oh, ähm. Hm, 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 hm. Kein Kommentar. Ich hab aber gewonnen. Oh, scheide. Hm, 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 hm. Gewonnen. Okay. Was? Das war mega schlecht. Spring halt mal. Spring du mal So ein bisschen Weil du dann genau da rein fällst Oh, ich hab Schaufelser die vielleicht wieder aussehen Genau unter meinen Füßen weg Du gemeiner Du Schuftl War mal was anderes Nimmst du das grad auf? Ja, sicher Zombie-Skills, Survival Games Superjump Superjump, ja Superjump 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 Wo bist du? Ah, da bist du, äh, hier Ja, äh, ich mach mir jetzt einen neuen Skinball, der sieht so scheiße aus Äh Irina, da ist noch keiner Schnell Okay Oh, da ist jetzt einer Oh, ich glaub, das bist du, oder? Oh Äh Ich hab draufgeklickt und es passiert nix Ah, die Opposition ist 5 Ich bin drinnen mit einem anderen, ich mach slash Exit Ne, ich bin jetzt drinnen, auch mit einem anderen Ich komm nicht raus Du? Nein Toll, dann jump ich hier mal so ein bisschen alleine Ach der kann das doch bestimmt schnell ist nicht mehr raus ja dann machen wir hier einen kleinen aufnahmestopp ich glaube die folge geht auch schon wieder vor lange und wir sehen uns dann demnächst wieder schreibt in den kommentaren ob es gefallen hat ob es nicht gefallen und das ständige geschwafel vor allem hier bin fertig bis demnächst